Ich glaube, so tanzt du im Club, Bro. Lass mal im Club gehen, wie der ist. Alter, lass mal wirklich machen. Würdest du mitkommen? Ja. Okay, easy. Alter, wir gehen mit meinem Cutter das erste Mal in den Club. Wäre ein Killer-Vlog. Dann machen wir so, wir stylen nicht auf am Anfang. Müssen wir eigentlich nicht, weil ich gut aussehe, aber red weiter ruhig. Wir stylen nicht auf und dann gehen wir in den Club. Und dann versuchen wir, die in den Girl-Klar zu machen, was wir vorher bestechen, dass es auch mit dir redet. Und dann tun wir, also, weißt du, wir faken das auf den Vlog. Wir müssen das nicht faken. Ich glaube schon, doch. Ich sag, ich steppe in den Club und alle scheierst. Timo! Wahrscheinlich so, Timo! Wahrscheinlich so, Timo. Wie fand ich auch stark, Alter.